Es ist halt nur ein 500k Absorb, dann ist Schluss. Ja, ich bin da. Auf wen gibst du deinen Schutzgeist? Gerade musste ich den einmal auf Vöter führen. 5, 4, 3, 2, 1, Pull. Im Alpha gebe ich dir eigentlich immer den Target, wenn das stirbt. Meistens der Diva. Hat sie dir von mir? Geist! 5 Sekunden noch. Pass. Geist durch. Jo, Mana Totem. Geist. 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 Geist! Pass auf den Ihrer Geer auf jetzt! Gib mir eine CD Gepass. Warte. Picksal! Ah, Mann, hol mir da mal gleich, ne? Hälfte. Ranges. Goal, zieh die Gruppe hoch. Borte. Beim nächsten Battle, ne? Jetzt. Oh mein Gott, warum ist das da vorne? Go, go, mach an. Jetzt Nuzian, bitte. Müssen wir jetzt hier nicht sterben. Bis runter. Kick. Alle Knubbeln, Mali rausziehen. Dann Absurdum cleave. Klassneid, von mir gleich oder was? Ne, ne, Gott sei Dank. Alles klar. Der kommt irgendwie nicht. Geist. Der kommt schon. Jetzt kommt er. Kommt jetzt. Cidic, silly. Okay, von mir. Cut. Ja, und trotzdem noch drauf healen. Werner kommt auch ein bisschen näher ran. Geist. 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 Die muss gleich raus, Werner. Was ist mit den Jäger? Liegen jetzt. Weiter, 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 weiter weg, weiter, 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 weg, weg, bis an die Wand. Ja, das liegt mir besser in Manahymne, wenn wir mal durchziehen. Ja, ja. Genau. Ääh, was geht immer mal in Manahymne? Jo, kommt das 3, 2, 1 Spott, aus, weg von mir Gelassenheit auf Ansage, ja? Ja, ja Jo, brauchen noch keine Gelassenheit Geht ja alles so aus Ich hab'n CD Spott, bitte Hey, Jo, du hast Dingens Die Seele Jo, jetzt wird's wahrscheinlich passieren Jo, mach mal, mach mal, mach mal Und Leute, du hast die Bafrieden mal ab Die lassen es durch Also Kaffee grad durch Jo, ich mach die nächste Ist durch Ich mach den nächsten CD Ich hab'n CD gegeben Ich hab'n CD gegeben Shadows haben noch keine Stacks Ich hab'n Asteria gegeben Ja, es geht die Mir könnt ihr auch noch geben Ja, es geht, Jörd Jo, Ruhe, Ruhe, Ruhe Geist, Geist Ich hab'n CD gegeben Pass auf, Totalkauf Ich hab'n CD gegeben Wir range es bald auf Passt So, den nächsten CD macht jetzt dann Virna Ich sag's an Mach gleich geil Alle CD auf Xili Wir brauchen gleich ganz viele bei Kazrajin, ne? Ja, 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 das ist ja schon kein Problem Locker bleiben Mein Demo-Banner ist auch noch ready Ich hab' auch ready Totalk ist tot, Alter Aufheben Geist 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 Sorry, fuck down Totalk down Aufheben Mach' ich Kuscheln Verna, du hast wieder Debuff Dann druff Wir gehen hier Weitere Magier Ich versuch's Malag einfach umhau'n Malag umhau'n Als nächstes mal ich Nach Nordica ob Pizze, die ist anders Zack Balag kommt Es Pilze Musst Gyis benutzen Geist 신 Ritten Tutok, du machst dann als nächstes, ich sag dann an. Jop. Manafield und Asteria jetzt gleich. Taktakt, ich hab alles ready. Ja, mach doch an. Jetzt? Ja, bitte jetzt, damit wir nicht mehr sterben. Runter. Noch jemand mit Low Stacks? Jetzt passt der Team. Ich hab noch kleine Stacks. Oh, Max Range. Werner wieder an Max Range. Werner ganz an die Wand. Leute. Das kann nur einer sagen. Ich kick's dir gleich. Geh gerade gut, passt schon. So, Mann, er wird knapp bei mir, wie sieht's aus? Macht mal... Ne, brauchen wir nicht. Alle die kicken können, die Tutsch ja auch kicken. Ich hab hier Köln, dann kriegen wir noch, ich hab noch 0. Tutok, mach an. Range hat auch noch 0, nur mal so nebenbei. Tutok, machst du bitte? Ja, danke. Geh gerade. Als nächstes hat er ein War, so lange müssen wir warten. 20 Sekunden. Voll Damage. Voll Damage auf die Priester rein jetzt. Ja, die N-Rage gleich. Go, go. Denkt an eure Geys. Ranged weg. Werner gleich wieder raus. Wir brauchen CD, wir brauchen CD. Zehn Sekunden. Geysys, Geysys. Use euer Geysys. Die, wenn du hast. Wegkicken, wenn ihr könnt. Und Vampir-Umarmung. Go, go. Durch. Mili-Et. Ach, scheiße. Ich wär's wahrscheinlich... Woh! Jetzt durch. So, ihr alle drauf. Reicht. Und jetzt aufpassen nochmal. Eure Self-CDs an. Bringt euch nicht selber um einfach. Alles, wie ihm was geht. Ja, und nicht selber umbringen. Ich kann nochmal anten. Danach. Ich will aber nicht sterben. Ich anke... Jetzt. Ich anke... Ich hab Arz und Dance ready. Alles cool. Ich bring den Boss um. Tötet mich aber nicht. Woh! Jawoll! Ja, 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 ja. Krass. Fuck you, ey. Yeah, ich hab 37 Leute gekriegt, Jungs. Hättest du mich mit mir. Woh! Voll Tourensohne. Boah, wir sind die Weste. 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 Oh mein Gott, ihr wisst nicht, was ich grad bekommen hab, Alter. Faust. Guck mal nach. Handschuhe. Faustwaffe. War neu geschmiert, oder nicht? Nö, normal. Oh, Beutel. Ich hab Hände bekommen. Puh. Gibt's halt gar nichts. Hallo, ich hätt den Token gern gekriegt. Boah, das sind die Token.